Der Torwart, der arme Kerl, guck dir das an, es passt genau, aber sensationell gelupft. Viel schwieriger als es aussieht, ist es übrigens. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Und nun Lukas Kordolski. Ja, der ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Und schon wieder ist der Ball in den eigenen Rhein. Das sieht gefährlich aus. Und jetzt hat er freie Bahn, guck mal hin, da setzt er zu Kretschern. Und nun Lukas Kordolski. Und nun Lukas Kordolski. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2 zu 0. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Da kämpft er, der Arjen Robben, um den Ball. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Schuss und... Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Robben. Und nun Lukas Kordolski. Das sieht gut aus. Jetzt ist er. Und... Der geht daneben. Arjen Robben im Ballbesitz. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz so... Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Das ist jetzt seine Chance. Achtung! Und Tor! Und Tor! Und Tor! Die Mannschaftskameraden sind auch nicht gut drauf. Aber unser Torwart, der schießt hier den Vogel an. Verunsicherung pur und ich glaube, der gute Mann wird den Abpfiff erbauen.